Hunde vs. Katzen Wenn man im Gefängnis sitzt, wie die Hunde reagieren Äh... Hm? Äh, was ist das für ein Geräusch? Hallo? Äh, ist da jemand? Hallo? Oh mein Gott! Was zur Hölle? Äh, was? Hundi? Bist du es? Hallo Hörchen! Ich bin hier um dich zu befreuen! Äh, was? Wieso? Ich wäre doch schon morgen rausgekommen! Oh, ähm, äh, dann, äh, bis morgen! Was zur Hölle? Wieso hast du ein Loch in die Wand gesprungen? Verdammt nochmal! Ich weiß nicht, das war mein Hund! Du weißt schon, dass du jetzt dafür länger sitzen musst! Aber ich bin doch... Ach, Mann! Wie die Katzen reagieren! Äh, bist! Brudi! Hier oben, Alter! Äh, was? Äh, was? Hallo? Hä? Katze? Bist du es? Wala, ich will dich hier rausholen, Alter! Aber dafür muss ich wissen, wo du das Geld versteckt hast! Damit ich die Wachen bestechen kann und so! Äh, okay, gut! Ich vertraue dir mal! Also, pass ganz gut auf, okay? 20 Minuten später! Und dann beim dritten Baum! Da hab ich das Geld vergraben! Danke dir, Brudi! Also, wann willst du mich hier rausholen? Katze? Hallo? Hunde vs. Katzen Wenn Essen auf den Boden fällt Wie die Katzen reagieren Es muss sagen, das Essen schmeckt euch echt super! Hast du gut gemacht! Ja, das hast du echt gut gemacht! Oh nein, verdammt! Mir ist ein Steak runtergefallen! Oh nein, hebe ich schnell auf, doch bei der Hund! Egal, hat er sich verdient! Wie die Hunde reagieren Es muss sagen, das Essen schmeckt euch echt super! Hast du gut gemacht! Ja, das hast du echt gut gemacht! Oh nein, verdammt! Mir ist ein Steak runtergefallen! Pass auf, sonst! Hey! Wer hat das Licht ausgemacht? Also, ich war's nicht! Oh, mach's doch einfach wieder an! Maschallah, das hat so gut geschmeckt, ey! Alter, ich konnte noch was ertragen! Ähm, ich glaube, Katzen sollten nicht so viel essen! Oh, Walla, Digga, ich hab immer noch Hunger! Warte mal kurz! Ich glaub, ich muss ganz kurz... Hunde vs. Katzen Wenn sie aufs Klo gehen müssen Wie die Katzen reagieren Gleich geht es weiter mit Furz der Liebe! Walla, endlich hat er sich bestätigt, als hätte ich aufs Klo gehen, ey! 20 Minuten später Maschallah, Brodi, Alter, das hat so gut getan, ey! Jetzt geht es weiter mit Furz der Liebe! Oh mein Gott, nicht schon wieder! Oh, Katze, du sollst dein Geschäft auf dem Katzenklo erledigen! Nicht auf meinem Bett! Walla, beschwär dich, wenn ich hätte, das ist Kunst, ey! Das ist keine Kunst, das ist einfach nur... Wie die Hunde reagieren Ich muss raus! Hallo, ich muss raus! Ich muss mal, hallo! Oh, das trifft sich gut, ich will sowieso noch was erledigen 20 Minuten später So, Hunde, hier ist das Haus von meinem Chef Du kannst dir deinen Haufen machen, wenn du willst Hm? Ich muss gar nicht mehr, ich war eben schon Komm schon, probier's wenigstens! Okay, ich probier's mal... Ne, klappt leider nicht! Ach, alles muss man selber machen! Hahaha, das wird ihm eine Lehre sein, um ein Gehalt zu kürzen! Ähm, krieg ich eine Gehaltserhöhung? Hunde vs. Katzen Wenn man sich verkleidet hat, wie die Katzen reagieren? Wäääh, ich werde dein Gehirn fressen! Walla, wolltest du nicht zu einer Kostümparty gehen? Hä? Ähm, ja, wieso? Brudi, solltest du dann nicht ein Kostüm anziehen oder so? Hä? Das hier ist mein Kostüm! Ich bin ein Zombie! Achso! Brudi, ich hab gedacht, du hast vergessen, dich zu schminken oder so! Haha, achso, dann ist ja gut! Warte mal! Was willst du damit sagen? Wie die Hunde reagieren! Mhm, 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 mhm... Also, mein Hamburger-Kostüm aus Echtzutaten wird bestimmt der absolute Wahnsinn sein auf der Party! Ich werde so viele... Fressen? Hm? Fressen? Achso, Hundi, du bist! Wie findest du mein Kostüm? Fressen! Äh, was? Nein, das ist kein Fressen! Das ist mein Kostüm! Geh weg! Fressen! Nein! Nein! Fressen! Fressen! Nein! Fressen! Nein! Geh weg! Verschunde die Gürtchen! Nein! Nein! NAAA! Hunde vs. Katzen Wenn sie ihre Medizin nicht nehmen wollen, wie die Hunde reagieren? Hallo, Hundi! Schau mal, ich hab jetzt das Fleisch für dich! Ich habe Medizin in dem Fleisch versteckt! Das merkt ihr bestimmt nicht! Fleisch für mich? Hm... Oh, mein Gott, ich hab so einen Hunger! Oh, das sieht richtig lecker aus! Mh! Nein, das ist nicht! Was ist... Was? Was ist denn los? Äh, egal! Wie die Katzen reagieren! Hey, Katze, guck mal! Du bekommst einen Fisch, weil du so toll bist! Bitte schön! Ich habe die Medizin in dem Fisch versteckt! Das merkt ihr bestimmt nicht! Voila! Sag mal, hältst du mich für Blut oder was? Äh, wie bitte was? Brody, ich weiß, dass da Medizin drin ist! Äh, was? Nein, da ist nichts drin! Versprochen! Okay, Brody, dann isst du jetzt den Fisch! Äh, was? Nein, ich mag keinen Fisch! Der ist für dich, okay? Voila, wenn ich sage, sie sollst den Fisch essen! Dann isst du den Fisch! Hast du das verstanden? Okay, der Fisch ist ganz und gar lecker! Ganz ohne Medizin und sowas! Aber irgendwie fühle ich mich ko... Hä? Was? Mein Gott! Ich bin eine Katze! Brody, wenn du hast dich sa... Was, Hölle? Oh, verdammt! Hunde versus Katzen! Wenn sie nicht im Bett schlafen dürfen! Wie die Hunde reagieren! Hunde, aufstehen! Was? Wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht auf dem Bett schlafen darfst! Runter da! Los! Tut mir leid! Bitte nicht böse sein, okay? Ähm... Ich kann ja mal schauen, ob ich dir vielleicht ein Hundebett hole oder so, ja? Ja! Tö, tö, tö! Wuff, 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 wuff! Hunde-Geräusche, Hunde-Geräusche! Kein Text ist mir eingefallen! Hunde-Geräusche für Wörter! Wie die Katzen reagieren! Hm, 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 hm... Oh, schon wieder! Katze, wach aus! Hö! Warte! Ich bin unschuldig! Huh! Oh! Das war nur ein Traum, ey! Du weißt doch, dass du nicht auf dem Bett schlafen darfst! Ich hab dir extra ein Katzenbett geholt, auf dem du schlafen kannst! Warum nutzt du das nicht? Brutti, ich hab mit meinen Anwälten geredet! Das wird sich einiges ändern jetzt so! Äh, was? 3 Uhr 28 nachts! Doaufe Katze mit den doaufen Anwälten! Voila, heuleise jetzt, Alter! Ich will schlafen! Hunde vs. Katzen Wenn man sich verletzt, wie die Hunde reagieren! Ah, verdammt, schon wieder! Was ist passiert? Geht's dir gut? Ja, es ist jetzt nichts Schlimmes. Ich hab mich mal wieder an meinem Herbst verbrannt. Hä? Das war schon das dritte Mal in der Woche! Das muss jetzt ein Ende haben! Was? So, jetzt halt mal ein bisschen Abstand, okay? Ähm, was hast du mit der Axt vor? Das war heute das letzte Mal, dass der hat dir weh getan hat! Jetzt gibt es Wache dafür! Was? Nein, stopp, stopp, stopp! Wie die Katzen reagieren! Mhm, ah, verdammt, mein Fuß! Voila, dicker, sei mal leise, ey! Ah, mein Fuß, ich glaub, er ist gebrochen! Verdammt, das tut so weh! Brutti, Alter, ich möchte hier fuß zur Liebe schauen, also sei ruhig! Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich noch laufen kann. Kann ich den überhaupt morgen rausgehen? Verdammt, dicker, Alter, ey! Was ist mit einkaufen? Ich will jetzt mal etwas zu essen holen! Was soll ich dann machen? Mann, verdammt, ich weiß nicht, werde ich dann verhungern oder werde ich dann auf jeden Fall... Walla, dicker, ich hab gesagt, du sollst leise sein! Ich will fuß zur Liebe schauen! Hast du das verstanden? Hunde versus Katzen Für die Polizei arbeiten Wenn Hunde für die Polizei arbeiten Hm, nee, der hat nichts! Okay, gut, Sie können gehen! Der nächste, bitte! Guten Tag! Der hat was! Der hat was! Okay, heben Sie ja mal bitte Ihre Arme! Ach, aber wieso das denn? Ich hab doch nichts bei mir! Ach ja? Und was ist mit diesen Äpfeln hier? Ach so, das! Daraus wollte ich mir Apfelmus machen! Du Monster! Wieso? Willst du die ganze Zeit meine Kinder essen? Wenn Katzen für die Polizei arbeiten... Walla! Hände hoch oder so! Ihr seid verhaftet! Verdammt, so ein Mist! Okay, Brutti, wir machen das so, okay? Ihr gebt mir euren ganzen Tumpfisch und ich lasse euch laufen, okay? Äh, warte, was? Hey, Katze! Wenn du etwas gefunden hast, dann melde dich! Äh, ja, gib sie ihn! Los! Ne, Brutti, hier ist nix! Okay, haut jetzt ab! Los! Los! Wir verschwinden von hier! Walla, Digga! Ich liebe meinen Beruf! Aber ich liebe Tumpfisch noch viel mehr! Ha! Hunde vs. Katzen Mit Artgenossen spielen! Wenn Hunde mit anderen Hunden spielen! Hm... Hast du vielleicht 5? Hm? Hm, hm! Okay... Schade! Hätte ich brauchen können! Wenn Katzen mit anderen Katzen spielen! Ach, mein Kopf! Walla, Digga! Jetzt sag uns endlich, was wir wissen wollen, ey! Ich werde euch nie verraten, wo der Tumpfisch ist! Okay, Brutti, aktiviert den Laser! Hm? Ha, 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 ha! So ein billiger Laser macht mir keine Angst! Ey, warte mal! Halt mal den Laser an! Ha! Du wirst mich nie zum Reden bringen! Denn ich bin extra... Mashallah, es wird Zeit für die Brunnen! Bringt sie her! Hä? Was? Brunnen? Nein, bitte nicht! Ich rede, okay? Bitte! Hallo! Was macht ihr hier? Äh... Wir spielen! Hunde vs. Katzen Wenn man aufm Klo ist, wie die Hunde reagieren! Uff! Uff! Warum ist die Tür abgeschlossen? Keine Sorge, Hundi! Es ist alles in Ordnung! Hä? Hält sich etwa jemand gefangen? Äh, was? Nein! Ich sitze nur aufm Klo und ich... Keine Sorge! Ich hole Hilfe! Wir werden dich retten! Was? Nein! Das brauchst du nicht! Hallo? Hundi? Hm... Scheint er weg zu sein! Was ist das für ein Piep? Wo ist die Person, die dich gefangen hat? Wo? Wo? Aber was zur Hölle? Kann man nicht einmal aufm Klo sein und... Wie die Katzen reagieren? Wollah, Digga! Warum ist denn die Tür zu, ey? Weil ich aufm Klo bin und jetzt lass mir bitte meine Ruhe! Wollah, du feierst doch safe ne Party drin! Äh, was? Nein! Ich sitze grad aufm Klo und ich möchte einfach nur... Mashallah, da die Tür aufzubekommen war mega einfach! Äh, was zur Hölle? Geh raus hier! Ne, Brodi, Alter! Ich hätte den anderen Bescheid gegeben, dass hier Party ist! Äh, was für ne Party und den meinst du mit anderer und... Äh, äh, hey, hallo? Was, warum... Warum seid ihr... Warte, 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 warte! Mann, ich wollte doch einfach null Ruhe auf... Hunde vs. Katzen Wenn sie sich erschrecken! Wie die Hunde reagieren! Hä? 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 Hey! Hä? Oh mein Gott, wir werden angegriffen! Lass! Lass doch mein Leben! Schnell! Beschützbricht nicht mehr! Hey, komm runter! Ich habe doch nur genießt! Schnell! Die Welt geht's unter! Ich hab keine schnelle Erklärung gemacht! Lass mich ein Anzupferd mich holen! Hilfe! Hilfe! Wie die Katzen reagieren! So! Mal schauen, wie wird der Kuchen! Hm... Hä? Oh nein! Meine Tasse ist runtergefallen! Hm? Wo ist denn unsere Katze hin? Hallo, Katze? Oh, da bist du ja! Wollah, Dicker, ich hab grad gedacht, ich verliere eins meiner neuen Leben, ey! Hunde vs. Katzen Wenn man Leute aufspüren soll, wie die Hunde reagieren! Also, der Verdächtige, den wir suchen, wohnt in diesem Haus! Wir suchen gerade nach Hinweisen, mit dem wir ihn aufspüren können! Ey, Boss! Wir haben da etwas! Ich schau mir das kurz an! Okay! Hast du ein Leckerli? Oh Gott! Stinkt das vielleicht! Hier, das sind getragene Schuhe vom Verdächtigen! Vielleicht kannst du ja deine Spur aufnehmen! Riech mal ein bisschen! Los! Okay! Ich rieche! Und das riech... Oh! Ähm, verdammt! Das war unser einziger Spürhund! Wie die Katzen reagieren! Also, der Verdächtige, den wir suchen, wohnt in diesem Haus! Wir suchen gerade nach Hinweisen, mit dem wir ihn aufspüren können! Ey, Boss! Wir haben da etwas! Wollah, Dicker! Ich brauch mal kurz eine Hilfe! Cold War Thunfisch! Verstanden? Oh Gott! Stinkt das vielleicht! Hier, das sind getragene Schuhe vom Verdächtigen! Vielleicht kannst du ja deine Spur aufnehmen! Äh, Brudin! Ne, das brauch ich nicht machen! Die bringen ihn schon her! Äh, was? Was meinst du jetzt? Was meinst du mit sie? Wollah, Dicker! Ich hab halt überall meine Connections, ey! Lasst mich endlich runter! Das ist der Verdächtige! Hey, das sind meine Schuhe! Hunde vs. Katzen Wenn man Stöckchen holen soll, wie die Hunde reagieren! Na, Hundi? Hast du nur Stöckchen zu holen? Ja, Stöckchen holen! Ja! Okay, gut dann! Hol das Stöckchen! Los! Hol das Stöckchen! Hol das Stöckchen! Hm, ich hab ne Nachricht bekommen! Oh, Paul hat mir geschrieben! Oh mein Gott! Das Staffelfinale von Forza Liebe kommt gleich! Ich hab nur Stöckchen geholt! Äh, gut! Lass uns nach Hause gehen, okay? Äh, warte mal! Das ist nicht der Stock, den ich geworfen hab! Naja, egal! Wird nicht wichtig sein! Lass uns nach Hause gehen! Okay! Forza Liebe ist so ne Teleserie! Hey, warte! Dein Hund hat mein Holzbein geklaut! Wie die Katzen reagieren! Na, Katze? Hast du nur Stöckchen zu holen? Wollah, Digga! Seh ich so aus, oder wie? Oh, komm schon! Das ist ganz einfach! Hol das Stöckchen! Los! Aua! Irgendwas hat mich getroffen! Wollah, Digga! Ich mach sowas nicht! Ich bin doch nicht blöd! Äh, du bist selber blöd! Oh, ich hab ne Nachricht bekommen! Hä? Von einer unbekannten Nummer? Das ist dafür, dass du mich blöd nennst? Hä? Was meint ihr da?! Hunde vs. Katzen Wenn man angegriffen wird! Wie die Hunde reagieren! Hey Hundi! Ich werde grad angegriffen! Du musst mich beschützen! Los! So! Endlich hab ich dich! Jetzt werde ich dich äh... Nein! Nein! Geh weg! Beschütze! Nein! Nein! Das Video wird richtig viele Kicks machen! Wie die Katzen reagieren! Katze, du musst mir unbedingt helfen! Der Typ will mir weh tun! Du musst mich beschützen! Wollah, was? Der will dir weh tun oder was? Ja, bitte kümmere dich drum! Okay, warte halt doch! Ha! Jetzt wird er dich fertig machen! Du wirst nicht mehr so lachen, wenn... Äh, Katze? Was soll das werden? Brutti, vertrau mir! Ich hab nen Plan! Äh, okay... Ähm... So Brutti, jetzt hab ich meine Pizza! So! Genau so! Und... Wollah, Digga! Jetzt könnt ihr anfangen mit der Show! Was? Jetzt werde ich dich auf jeden Fall... Hunde vs. Katzen Artgenossen treffen! Wenn Hunde andere Hunde treffen! Spielen! 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 Spielen Verdammt, die Schweine haben uns gefunden, lauf! Hunde versus Katzen Thema, wenn es zu heiß ist, wie die Hunde reagieren Los, Hundi, beeil dich, es ist viel zu warm hier draußen, ich möchte wieder zurück ins Haus Hey! Verdammt Der Typ hat meinen Koffer geklaut, haltet ihn! Los, Hundi, schnapp ihn dir! Was? Okay, ne, es ist viel zu warm Wie die Katzen reagieren Lukas, du bist mein Vater Nein, ich werde keinen Unterhalt zahlen Wollat, Digga, voll spannend, ey Kann ich endlich aufhören, die Luft zu... Pssst! Wirf den Ring in die Suppe! Beil dich! So, dann so... Oh mein Gott, ein Einbrecher! Verdammt, ich hab gedacht, es ist niemand im Haus Wollat, Digga, es ist so heiß und ich möchte die Serie schauen, ey! Was? Meine Lieblings-Serie, Alter! Fuss der Liebe! Was? Was ist Fuss der Liebe? Zwölf Sekunden später Wir müssen den Sternstaubsauger zerstürmen! Kann ich dann... Mach schon leise jetzt! Hunde vs. Katzen Thema Hunger haben Wie die Hunde reagieren Hm... Ey, das ist echt lecker! Fressen? Hm? Was? Nein, du bekommst nichts zu fressen! Du hattest eben schon was! Fressen! Ein paar Sekunden später Hm, 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 hm? Hey, wo hast du den Knochen? Hm, die Türke klingelt? Eigentlich erwarte ich heute gar keinen Besuch Ich komme Äh, ja, hallo? Hm, 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 hm hm? Hm? Ach so! Das ist die Beine! Oh, dann tut es mir leid Ja, mein Hund ist ein bisschen... Wie die Katzen reagieren! So, hier ist dein Fressen! Lass es dir schmecken! Woe, Digga, nur eins! Bruder, ich will mehr! Nein, du hast also schon genug zu fressen gehabt! Woe, Digga, ich hab' gesagt, du machst mir essen! Dann machst du mir auch essen! Oh nein, bitte nicht husten! 6 1,5 Stunden später Wolladicker gib mir noch mehr essen ey ich hab voll Hunger Bist du dir sicher dass du noch mehr essen hast? Wolladicker ich hab gesagt du sollst mehr essen geh- Wolladicker ich hab gesagt du sollst mehr essen geh- Hunde versus Katzen Thema in der Nacht aufwachen Wie die Hunde reagieren Gefahr, Gefahr, Wuff, Wuff, Gefahr, Wuff, 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 Gefahr Hey was ist denn los es ist 3 Uhr nachts Hör auf den Beinen Wuff Gefahr Gefahr Schon gut es ist niemand da gehe einfach hoch mach dich schlafen Wuff Gefahr Also echt manchmal frage ich mich was er sieht oder hört Dass er mitten in der nacht anfängt zu bellen und dann irgendwie Wie die Katzen reagieren Was Was Was? Nein! Maschallah, Bruder, mach jetzt sofort was zu essen! Wie Patrick reagiert. Oh, kipp mir drei Uhr morgens. Hunde versus Katzen. Thema, wenn der Postbote kommt. Wie die Hunde reagieren. So, das war der letzte Brief für heute. Ich gehe jetzt nach Hause und... Oh, äh, hallo Hund, äh, ich gehe einfach mal in die andere Richtung. Oh, verdammt, da ist noch ein Hund. Äh, hallo, hehehe. Oh nein, noch einer. Oh Gott, wie viele sind das denn? Ähm, warum stehen die auf einmal? Äh, äh. Deine Zeit ist gekommen, alter Mann. Bitte, ich kann kein Spanisch, äh, Hilfe! Wie die Katzen reagieren. Dieses Paket mit einem Jahresvorrat an Tufisch ist echt schwer. So. Hm, niemand da. Eigentlich sollte der Empfänger doch da sein. Naja, ich rufe ihn einfach mal an. Ausfüllen und anrufen. Hallo, du bist hier bei der alten Opas Daten-Hotline. Du willst einen alten Opa daten? Warte, was? Nein, ich wollte den Empfänger anrufen und ihm sagen, dass ein Paket da ist. Was? Nein, tut mir leid. Wir haben hier keinen Opa, der Empfänger heißt. Äh, w-w-was? Nein, ich bin Post-Bo... Verdammt, wo ist das Paket denn? Also, wollen Sie nun einen alten Opa daten oder nicht? Hunde versus Katzen. Thema. Wenn der Besitzer das Haus verlässt. Wie die Hunde reagieren. So, Hundi. Ich gehe mal ein paar Wege erledigen. Ich komme dann später wieder. Oh, nein, geh nicht. Oh, weg ist sie. Was ist, wenn sie draußen stört? Dann bin ich ganz alleine. Oh, nein. Sechs, eineinhalb Stunden später. Hallo, Hundi. Ich bin wieder da. Oh, mein Gott, du lebst noch. Ich dachte, du wärst tot. Ach, wie du siehst, lebe ich noch. Oh, verdammt. Wen habe ich denn überhaupt beerdigt? Hallo? Kann mich jemand rausholen? Ich bin noch nicht tot. Ich rieche nur so. Wie die Katzen reagieren. So, Katze. Ich bin mal für ein paar Stunden lang weg. Mach ja keinen Unfug, solange ich nicht da bin, okay? Wollah, Dicke, du hast mir gar nichts zu sagen, ey. Sechs, eineinhalb Stunden später. Hat jemand von euch eine fünf? Hm, ich nicht. Wollah, Dicke, ich habe keine guten Karten. Hallo, Katze. Mein Gott, was ist hier los? Was macht ihr hier? Wollah, Dicke, sei ruhig, ey. Ich spiel gerade um deine Seele, ja? Wenn du die wiederhaben willst, dann sei jetzt leise. Äh, was? Meine Seele? Jo, Brüdi, nur damit du es weißt. Ich habe auch vorhin in dein Bett gekackt, ne? Na, verdammt, nicht schon wüt. Hunde versus Katzen. Thema, wenn man versucht, ihre Sprache zu sprechen. Wie die Hunde reagieren. Hallo, Hundi. Na, wie geht's dir? Weißt du was? Es wäre so cool, wenn ich deine Sprache sprechen könnte. Ich probiere es einfach mal. Wuff, 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 wuff. Hä? Warum hat er gerade gesündet, dass er Marmelade in die Nase des Putzvorausschieben will? Ich muss ihn warnen. Wie die Katzen reagieren. Gleich geht es weiter mit Furz der Liebe. Hallo, Katze. Weißt du, was toll wäre? Wollah, ich weiß nicht, wenn du dir mal die Zähne putzen würdest. Du hast recht, es wäre so toll, wenn wir dieselbe Sprache sprechen könnten. Ich probiere es mal. Miau, 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 miau. Wollah, was gehst du direkt auf Mutter, Alter? Habe ich was Verhältnisses gesagt? Ah, ah, ah! Hunde versus Katzen. Thema, wenn man sie baden will. Wie die Hunde reagieren. Spielen, 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 spielen. Hallo, Hundi. Zeit für dein Bad. Nein, bitte nicht. Bitte verschwone mich. Nein, bitte. Nein, nein, nein. 20 Minuten später. Warum machst du das? Das ist so grausam. So was macht man doch nicht. Wir machen Leute, die man liebt. Das ist so grausam. Baden macht so viel Spaß, nicht wahr? Nein. Wie die Katzen reagieren. Hallo Katze, du wirst jetzt ein Bad nehmen. Wollah, Digga, ich weh nicht. Außerdem fängt gleich Furze lieber an, ey. Komm, ich trag dich auch. 12 Sekunden später. Los Katze, geh jetzt in die Badewanne. Nee, Brudy, geh doch selbst rein, ey. Es ist jedes Mal dasselbe mit dir. Du bekommst auch Thunfisch, okay? Wollah, nicht mehr mit Thunfisch bekommst du mich da rein. Ich geh jetzt, ey. Du wirst ein Bad nehmen, ob du willst oder nicht. Bruder, lass mich runter, Alter. So, jetzt kannst du nicht mehr einkommen. Jetzt gehst du in die Badewanne, ob du willst oder nicht. Warte mal, was? Wie machst du das? Warte mal, wie funktioniert... Hä? Wollah, Digga, ich hab doch gesagt, ich geh nicht baden. Äh. Hunde versus Katzen. Thema, wenn es Essen gibt. Wie die Hunde reagieren würden. Oh Mann, das hat echt gut geschmeckt. Aber ich bin schon satt. Und wegschmeißen möchte ich das auch nicht. Ich hab ne Idee. Hundi, komm mal her, es gibt Essen. Hä? Essen? Essen? So, das ist für dich. Essen, 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 Essen. Ich bekomm Essen, ich bekomm Essen. Hast du den Teller grad mitgegessen? Äh, Essen? Wie die Katzen reagieren würden. Hallo Katze, komm her. Wollah, gibt es nicht Essen, Alter? Ich glaub, ich verhungere. Ich hab seit 10 Minuten nichts gegessen, ey. Ja, das ist dein Essen. Lass es dir schmecken. Digga, was soll das sein und warum ist das grün? Du sollst heute einfach mal Gemüse essen, okay? Das ist gesund und wird dir gut tun. Bro, die seh ich aus wie ein Haas, oder was? Sowas fress ich doch nicht, Alter. Aber es ist wirklich... Ne, Bro, ich bekomm jetzt dein Essen und du bekommst meins. Nein, das ist... Waller, sei ruhig, ich mach dich Krankenhaus. Okay, äh, bitte nicht husten. Hunde versus Katzen. Thema, wenn der Besitzer im Ertrinken ist. Wie die Hunde reagieren. Hilfe, ich bin am Ertrinken. Oh nein, mein Herrchen muss am Ertrinken. Ich muss ihn retten. Führ auf, Herrchen, ich komme. Ja, bravo, Junge, komm. Und rette mich schnell, schnell. Warte, was machst du da? Vorsichtig, au, au, ey, du hast mir deinen Augen geklaut. Hey, nimm mich mit. Naja, jetzt habe ich ein schönes Erinnerungsstück. Wie die Katzen reagieren. Hilfe, ich ertrinke, helf mir doch. Boah, seid doch leise, ey. Du verscheust die ganzen Thunfische. Was? Wir sind in einem Schwimmbad, da gibt es keine Fische. Fische. Waller, dann gehe ich hier im Wondersangeln, wo es Thunfische gibt, ey. Rette mich doch, bitte. Was, nee, Brudy, du bist kein Fisch und ich will auch nicht nass werden. Ciao, Alter. Warte. Oh mein Gott, da hätten wir sie mit einmal trinken. Ich werde den Rettungsstein zuwerfen, okay? Fang ihn einfach. Waff, waff, was für ein Stein. Hunde versus Katzen. Thema, wenn Sachen kaputt gehen. Wie die Hunde reagieren. Was war das für ein Geräusch? Oh mein Gott, ihr habt die Lampe kaputt gemacht. Wer von euch beiden war das? Los, hau es damit. Äh, die Schuld. Was? Du bekommst jetzt zwei Wochen nichts zu essen. Aber wie die Katzen reagieren. Waller, Digga, ey, ich habe voll Hunger, Alter. Wo bleibt man denen, ey? Ich voll hungere hier sonst noch, Alter. Wenn ich nicht gleich... Bruder, das ist voll lustig, Alter. Kann ich nur was kaputt machen? Oh, da ist nass. Und runterspeisen. Woller, das ist voll geil, Alter. Jetzt kommt die Mikrowelle dran. Hallo Katze, ich bin wieder da. Oh mein Gott, was ist passiert? Warum ist ja alles kaputt? Oh mein Gott, ich habe voll gut umdekoriert. Gibt es jetzt Essen oder was? Hunde versus Katzen. Thema, wenn eine Maus im Haus ist. Wie die Hunde reagieren. Achtung, Eilmeldung. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass man Bananen auch ohne Schale essen kann. Na, verdammt. Dann habe ich das immer falsch gemacht? Oh mein Gott, eine Maus. Los, Hund, jag sie. Los, schlapp sie dir. Beute jagen, Beute jagen, Beute jagen. Hey, sei vorsichtig. Hey, pass auf, sei vorsichtig. So ist noch alles kaputt. Nicht die Maße. 20 Minuten später. Böser Junge, du musst beim nächsten Mal besser aufpassen, wenn du die Maus jagst. Außerdem, wo ist die blöde Maus? Wir dürfen die Maus nicht frei umherlaufen lassen, weil die sind ganz schlimme Krankheit. Beute. Was meinst du? Beute, Beute jagen. Hä? Oh, oh. Beute jagen, Beute jagen. Nein. Stopp, Beute, Beute. Wie die Katzen reagieren. Gleich geht es weiter, man furzt der Leber. Ich hab voll Hunger. Oh mein Gott, eine Maus. Schnell Katze, jag sie, los. Hm, nee, Brudi, kein Bock, ey. Was? Aber du bist eine Katze und Katze jagen Mäuser. Oh, schon leicht, sag dich ja kein Bock, ey. Na gut, dann schick ich das andere aus dir los. Los, schnapp sie dir die Maus. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Hunde versus Katzen. Thema, wenn der Besitzer ausgeraubt wird. Wie die Hunde reagieren würden. Hey, Hände hoch, das ist ein Überfall. Gib mir ja dein Geld. Los. Oh mein Gott, bitte nicht schießen. Ich habe ein Messer dabei. Damit kann man nicht. Egal, gib mir einfach dein ganzes Geld. Los. Bitte helfen sie mir. Ich bin hier in Gefahr. Ach, niemand wird kommen, um dir zu helfen. Du bist nämlich einfach nur ein Lappen, der... Muss Herrchen verteidigen. Oh nein, eine Giraffe greift mich an. Das ist eigentlich ein Hund, aber egal. Wie die Katzen reagieren würden. Hey, Hände hoch, das ist ein Überfall. Gib mir ja dein Geld. Los. Ah, bitte nicht husten. Ich kann kein Spanisch. Äh, mi bueno. Hey, warte, ich will dein Geld. Bitte tun sie mir nichts. Meine Eltern haben keine Kinder. Ach, bitte, bringt mir nichts. Das ist das Geld, ja. Los. Wallah, was machst du hier, Alter? Das ist mein Revier. Verschwinde, los. Geh weg, Alter. Mein Gott, ein Zebra. Ich bin allergisch gegen Zebras. Maschallah, bist du dumm. Ich bin eine Katze, du Idiot. Puh, das war immer knapp. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Denkst du wirklich, ich habe dich gerettet, Alter? Äh, ja, vor dem Überfall. Bruder, du hast vielleicht verstanden. Ich überfall dich jetzt. Also geht's her. Aber du bist auch meine Katze. Hunde versus Katzen. Thema, auf Einbrecher reagieren. Wie die Hunde auf Weihnachten reagieren. Oh, ein Baum. Ich muss mein Revier markieren. Hey, stopp, stopp. Hör auf an den Weihnachtsbaum zu pinkeln. Das macht man nicht. Ganz böser Junge. Ganz böser Junge. An Weihnachtsbäumen pinkelt man nicht. Hast du gehört? Ja, nicht an Weihnachtsbäume pinkeln. Äh, was wird das? Wie die Katzen auf Weihnachten reagieren. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Aua. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Und ich liefere Geschenke. Ho, ho, ho. So, Geschenk Nummer 1 und Geschenk Nummer 2. Muschalate, du gibst dir sofort alle Geschenke oder es sitzt Kugel, Alter. Verstanden? Ho, ho, ho. Hunde versus Katzen. Thema, auf Einbrecher reagieren. Wie die Hunde auf Einbrecher reagieren. So, ich bin drin. Mal sehen, was ist hier alles so schönes zu klauen. Spielen? Was? Spielen? Verdammt. Versuch, spielen. Spielen? Spielen. Spielen. Leise. Dann hör ich ja auf. Spielen. Versuch und spielen. Spielen. Ich will nicht spielen. Spielen, spielen. Spielen, spielen. Spielen, spielen. Spielen, spielen. Ach komm. Spielen, spielen, spielen. Versuch und spielen. Wie die Katzen auf Einbrecher reagieren. Ha, ich bin reingekommen. Das war mega einfach. Mal sehen, was jetzt hier alles so schönes zu klauen geht. Brody, was soll denn das werden, Alter? Ähm, ich will Staubsauger verkaufen. Maschallah, Alter. Das ist meine Nachbarschaft. Die darf nur ich klauen, Alter. Witzig. Was soll deine Katze bitte schön gegen mich ausrichten? Brody, 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 Brody. Ich sag's einfach aus deiner Mutter, Alter. Hä? Nein, bitte tu das nicht. Sie denkt, ich mach ein Fernstudium. Hab, Brody, ne? Dann holst du mir jetzt den Thunfisch, Alter. Sonst sag ich's dir. Bin schon unterwegs. Hunde versus Katzen. Thema. Nach Essen betteln. Bei den Hunden. Oh Mann, heute gibt es lecker Steak zum Essen. Fressen? Was? Nein, das ist für mich nicht für dich. Fressen? Nein, du hattest schon dein Fressen. Hm. Fressen? Nein, und jetzt, psst. Hör auf, mich so anzuschauen. Das macht mich sonst noch traurig. Fressen. Bei den Katzen. Wallah, ich schwöre, Pizza ist beste Leben, Alter. Unfair, das ist meine Pizza. Ich hab dafür bezahlt. Digga, willst du wieder aufmucken, oder was? Wenn ich sage, das ist meine Pizza, dann ist das auch meine Pizza, okay? Ich will aber keine Schaukelpferde mehr essen. Hunde versus Katzen. Thema. Aufmerksamkeit wollen. Wenn die Hunde Aufmerksamkeit wollen. Hallo, gib mir Aufmerksamkeit. Hallo, spiel mit mir. Hallo, mach irgendwas. Hallo, hallo, Aufmerksamkeit. Ja, ist ja in Ordnung. Du kriegst ja deine Aufmerksamkeit. Ja, lass uns irgendwas machen. Hm, okay. Willst du Kasse gehen oder einfach nur spielen? Oder wir stürzen die Regierung und machen mich zur Erleidigen Herrscherin. Regierung stürzen, Regierung stürzen. Wenn die Katzen Aufmerksamkeit wollen. Ja, Brudi, Brudi, gib mir Aufmerksamkeit. Brudi, Brudi, Aufmerksamkeit. Los, Brudi, gib mir Aufmerksamkeit. Ist ja gut, du bekommst ja deine Aufmerksamkeit. Also, was willst du? Hallo? Wallah, red nicht mit mir. Ich will grad nicht deine Aufmerksamkeit. Hä? Vor ein paar Sekunden wolltest du doch noch? Wollah, ich hab gesagt, ich will nicht deine Aufmerksamkeit. Wallah, ich schwör, das ist voll gemütlich, Alter. Ah, ruft den Krankenwagen. Bist du leise, Alter. Futsche Liebe, fäng dich an, ey. Hunde vs. Katzen. Thema, zum Tierarzt müssen. Bei den Hunden. Hundi. Hundi, wo bist du? Wir müssen zum Tierarzt. Los, komm, wir uns beeilen. Ich will nicht zum Tierarzt. Bei den Katzen. So, Brudi, wo ist jetzt der Berg aus Thunfisch, hä? Ah, da ist ja unser Patient für heute. Wallah, was soll denn das? So, ich komm dann nachher wieder. Bis dann. Maschallah, was soll denn das werden, Alter? Ich will Thunfisch. So, dann gebe ich dir ganz kurz die Spritze, damit du während der OP schon schläfst, okay? Halt still und... Ich schwör, Alter, wenn du mich einmal anfasst, mach ich dir eine OP, okay? Und hier kommt das Flugzeug. Brudi! 20 Minuten später. Ah, oh Gott, wo bin ich? Was ist los? Wallah, ich hab doch gesagt, wenn du mich anfasst, mach ich die OP. Yo, Kuh, komm mal her, Alter. Möö. Was soll denn das? Warum ist hier eine Kuh? Yo, Kuh, Alter, mach dein Ding und so, ne? Möö. Warte, was soll das? Was macht ihr? Was? Nein, 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 nein. Hunde vs. Katzen. Thema. Wenn man spazieren geht. Wie die Hunde reagieren. So, Hundi, hast du Lust auf einen Spaziergang? Spazieren, Spaziergang, 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 Spaziergang. 12 Sekunden später. Und du bist hier wirklich sicher, dass es hier nach Disneyland geht? Halt, Hunde, Halt, Hunde, Halt, Hunde, hab ich gesagt. Spaziergang, 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 Spaziergang. Also, wie es aussieht, geht es dann wirklich nach Disneyland. Okay, Disneyland, ich komme. Wie die Katzen reagieren. So, süßes Katzen, heute gehen wir mal ein bisschen spazieren, okay? Was spazieren, ey? Gleich kommt vor der Liebe, ich will das sehen, ey. 12 Sekunden später. Ach, es ist ein so schöner Tag, um heute spazieren zu gehen, nicht wahr, Kätzchen? Maschallah, Brute, ich hab gesagt, ich will nicht. Hunde vs. Katzen. Thema. Tricks lernen. Bei den Hunden. So, jetzt mal testen, ob du alle Tricks drauf hast. Gib laut. Äh, wuff. So, ist fein. Mach Männchen. Wuff. Das machst du sehr fein. So, und jetzt, äh, gehst du meine Hausaufgaben. Äh, wuff. Bei den Katzen. Maschallah, Diener, komm mal her. Äh, ja, hallo, was ist? Brudi, wo ist deine Uniform? Oh, stimmt. Tut mir leid, wird nicht wieder vorkommen. Brudi, hast du den Trick gelernt, den ich gesagt habe? Ja klar, soll ich ihn mal vorführen? Ja klar, Alter, sonst würde ich wohl nicht fragen, oder? Okay, gut, dann mach ich mal. Hui. Haha, wala, das ist voll lustig, ha? Mach die Bohne. Okay. Hunde versus Katzen. Thema, neues Spielzeug bekommen. Wie die Hunde reagieren. Hallo, Hunde, komm mal her. Höh, gibt's Fressen? Ich hab ein ganz neues Spielzeug für dich, schau mal. Höh, Spielzeug? Und, wie findest du's? Spielzeug, 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 Spielzeug. Wie die Katzen reagieren. Oh, Katzen, komm mal her, ich hab was für dich. Wallah, Digga, was schreckst du so rum, was gibt's? Ich hab ein neues Spielzeug für dich geholt, ich hoffe, dir gefällt es, schau mal. Ist es nicht toll? Maschallah, Alter, das ist das Beste, was es jemals gegeben hat. Ähm, nein, du verstehst das falsch, das ist das Spielzeug. Wallah, lass die Foten von der Box, sonst mach ich hackfisch aus dich. Hunde versus Katzen. Thema, was sie denken. Was die Hunde denken. Ich werd von der Person gefüttert. Ich bekomme Wasser von ihr. Ein ganz schönes Zuhause. Und ganz viel Liebe. Wer ist ein guter Junge? Ja, du bist ein guter Junge. Ein sehr schöner Junge, ja, ne? Ich glaub, die Person ist ein Gott. Was die Katzen denken. Digga, ich schwör, beste Leben, ich werd von der Person gefüttert, ey. Bruder, das ist zu wenig. Brudi, die Person gibt mir Wasser, seh ich aus wie ein Fisch oder was? Gib mir Milch. Wallah, Digga, die Person hat mir ein Haus gegeben. Das gehört jetzt mir. Jo, ich schwör, Alter, die Person liebt mich, Alter. Oh, du bist so eine tolle Katze, ich hab dich lieb. Ey, Digga, ich muss ein Gott sein. Hunde vs. Katzen Wenn man von einer Lawine erwischt wird, wie die Hunde reagieren. Herrchen, Herrchen, wo bist du? Herrchen? Mein Gott, Hundi, du hast mich gefunden. Ich glaub, du musst Hilfe holen. Mein Bein ist, glaub, gebrochen. Ich kann nicht alleine gehen. Herrchenchen? Herrchenchen! Warte, warte, warte. Nein, bleib hier. Oh, verdammt. Was mach ich denn jetzt? Hilfe! Hallo, ist hier jemand? Oh, hallo, Bär. Willst du mich vielleicht retten? Kinder, es gibt Essen. Hä? Oh, du hast deine Kinder hergebracht. Wollen wir vielleicht nachher spielen, wenn ihr mich gerettet habt? Wie die Katzen reagieren. Wollah, Digga, sag mal, wo bist denn du jetzt? Oh mein Gott, Katze, du hast mich gefunden. Du musst unbedingt Hilfe holen. Ich glaub, mein Bein ist gebrochen und ich kann nicht alleine... Wollah, Digga, wann gibt's Essen? Was? Digga, ich hab Hunger. Hast du Essen da? Was? Nein, ich hab kein Essen dabei. Du musst mir helfen, hier rauszukommen. Und dann kann ich... Wollah, beschwör dich nicht. Kein Essen, keine Rettung. Hunde vs. Katzen. Wenn sie zum ersten Mal Schnee sehen, wie die Hunde reagieren. So, Hundi, jetzt kannst du rausgehen zum Spielen. Spielen, 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 spielen. Was ist das? Oh, stimmt. Du hast noch nie Schnee gesehen, oder? Das kann man essen. Äh, ja, ist das besser nicht, sonst kriegst du Bauchschmerzen. Das noch mehr? Nein, nicht, Hundi. Geh weg vom gelben Schnee. Das ist kein Zitrone. Vertrau mir, ich hab's probiert. Wie die Katzen reagieren. So, Katze, du kannst raus. Wollah, endlich, ey. Warte mal, was ist das hier? Das? Das ist Schnee. Ach stimmt, das ist das erste Mal, dass du Schnee siehst. Wollah, das ist bestimmt voll viel wert, oder? Äh, was? Digga, ich verkaufe den Schnee und mache übelst viel Geld und so. Hä, aber Schnee ist doch eigentlich... Wollah, runter von meinem Schnee. Das verkauf ich jetzt, Alter. Hunde vs. Katzen. Wenn sie Kinder haben, wie die Hunde reagieren. Also, dann hebt man sein Bein und lässt es einfach laufen. Hundi! Lauf, Kinder, schnell! Hundi. Hundi weg. Hä? Ich bin der Tundi. Wie die Katzen reagieren. Woll, Alter, ich bin wieder zurück von der Arbeit, ey. Nimm Tundi, euer Papa ist da. Hundi, 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 Hundi. Machallah, mir ist eingefallen, ich muss immer losgehen. Hä, was, Budi, wo musst du denn hin? Machallah, äh, ich geh Milch einkaufen. Wir haben keine mehr. Äh, wart nicht auf mich, okay? Ich bin der Tundi. 500 figure ich bin der Tundi.